jetzt kommt was fundamental wichtiges für menschen die interessiert sind dauerhaft die gewicht zu reduzieren und zwar eine falle eine falle die ja die schlimm ist die furchtbar ist dies grausam ist können wir so bezeichnen ist man jetzt so bezeichnen denn in der tat ist es nicht so wenn man weiß wie es funktioniert es ist wichtig es zu wissen was da passiert und zwar folgendes wenn wir anfangen unser gewicht zu reduzieren also es geht um die gewichtsreduktion das ist ja oft bei mir es geht entweder um die gewichtsreduktion oder um das thema bewegung ernährung schlaf und achtsamkeit hier geht es jetzt mal speziell um das thema gewichtsreduktion um das thema dauerhaft das ernährungsverhalten gesund zu gestalten so und jetzt haben wir eine große herausforderung um natürlich gewicht zu reduzieren sollten wir einmal unsere kalorien reduzieren darauf achten dass wir ein leichtes kaloriendefizit aufbauen nummer eins nummer zwei sollten wir darauf achten dass diese makronährstoffzufuhr passt dass wir eben darauf achten dass eben nicht der größte anteil aller unserer kalorien aus dem kohlenhydratbereich kommen und vor allem nicht aus dem ungesunden kohlenhydratbereich sind alles so faktoren ist uns schon einmal wichtig aber jetzt kommt was grundsätzlich ganz wichtiges da machen wir unseren wenigsten gedanken damit aber das ist entscheidend über siegel und niederlage denn wenn wir in einer gewichtsreduktion verlieren ja die flinte ins korn werfen wann ist das das ist doch immer dann wenn wir unsere regeln nicht einhalten wenn wir uns ja nicht an die vorgaben halten wenn wir den süßigkeitshype haben wenn wir zu viel essen zu viel vom falschen essen jetzt wird super spannend wisst ihr wie einfach das ist vom falschen zu viel zu essen wisst ihr wie einfach es ist süßigkeiten zu essen es ist super einfach denn dafür müssen wir keine entscheidung treffen aber wisst ihr wie anstrengend es sein kann sich dauerhaft gesund zu ernähren solange wir noch ständig eine entscheidung treffen müssen denn wenn wir die ernährung umstellen haben wir noch keine routine wir haben manchmal oder ganz oft nicht diese routine wann esse ich was da wird gegessen wann es halt mal passt wenn es halt mal gerade irgendwie reinpasst das hat nicht mal mit dem hunger was zu tun sondern jetzt habe ich vielleicht gerade mal zeit lassen esse ich ein bisschen was es ist so dass wir in der zeit wo wir die ernährung umstellen richtung gesund müssen wir ja ständig unsere willenskraft einsetzen um diszipliniert eine entscheidung zu treffen was wir essen und vor allem was wir nicht essen wir müssen ständig dafür sorgen dass wir gewisse dinge nicht essen und das ist doch nicht automatisiert sondern wir laufen an einem schrank vorbei da hängt irgendwas drin da liegt in der schokolade rum man guckt in fernsehen da kommt irgendeine tolle werbung von einer geilen pizza was auch immer von einem cola was auch immer und wir müssen dann ständig diese entscheidungen treffen dass wir das nicht machen denn wir haben uns ja verboten wir dürfen das ja gar nicht mehr und wenn wir dieses verbot ausgesprochen haben in dem moment tun wir uns dermaßen schwer uns an diese verbote zu halten warum als verbote sind und verbote mögen wir gar nicht das erste was uns einfällt wenn wir was verbieten selektive wahrnehmung dass genau diese sachen was wir uns verboten haben sind immer wieder unserem gehirn ist immer wieder da wenn wir ständig die willenskraft dafür aufbringen müssen dass wir genau das nicht machen und jetzt ist die große frage und das ist ja die herausforderung für willenskraft brauchen wir disziplin für selbst disziplin brauchen wir willenskraft für willenskraft brauchen wir disziplin das ist immer ein geschlossener kreislauf es ist immer einen einverhalten verknüpft mit einem anderen verhalten jetzt ist die große frage um die willenskraft aufrecht zu erhalten was benötigen wir eigentlich dafür um selbst diszipliniert zu sein weil wir in dem moment ja noch keine eine routine haben also brauchen wir diese selbst disziplin gewisse dinge nicht zu machen ist doch die spannende frage was brauchen wir dafür was benötigen wir genau für diese zwei dinge für willenskraft aufrechterhalten selbst disziplin was brauchen wir da energie jetzt ist natürlich super spannend jetzt haben wir ja wenig energie weil wir die energie eingeschränkt haben manchmal haben wir sie auch zu stark eingeschränkt weil die energie zufuhr überhaupt nicht zu uns passt nicht von dieser rechnung grundumsatz arbeitsumsatz sport umsatz nein das meine ich nicht mal sondern der körper auch jeden tag individuell unterschiedliche energie diese formeln sind schön dass es gibt dass es gibt nur diese formeln was mache ich an einem tag wenn ich gestresst bin wenn ich gestresst bin auch mein körper dann mehr energie wenn mein immunsystem aktiviert ist braucht der körper dann mehr energie wenn ich einen infekt habe braucht mein körper mehr energie ja wenn ich gestresst bin braucht mein körper mehr energie ja natürlich weil der adrenalin spiegel oben ist weil der kortisol spiel oben ist der körper fordert die ganze zeit zucker an aber jetzt habe ich super wenig zucker weil ich denke ich müsste jetzt gerade mein meine kalorien krass reduzieren also brauche ich selbst disziplin willenskraft um diese entscheidung zu treffen das was ich mir vorgenommen haben zu machen und gewisse dinge nicht zu machen haben dafür nicht die nötige energie was passiert dann ist doch ein teufelskreis das ist ein teufelskreis und genau das ist ja die herausforderung ich als berater kann natürlich immer nur eine vorgabe geben wie viele kalorien brauchst du plus minus und jetzt gehört dazu dass man sich auch lernt intuitiv zu essen zum richtigen zeitpunkt richtig energie zu führen also jetzt pass auf du hast ein kraft trainingstag da hast du deinen normalen tagesablauf ganz normalen mittelwert nichts besonders aufregendes so und du machst dein kraft training da kann man einigermaßen bewerten was man an energie braucht die führst du und jetzt passiert aber was folgendes jetzt passiert folgendes dass du an diesem tag zum beispiel nachmittags einen anruf kriegst von zwei kunden und diese zwei kunden drohen dir zum beispiel dass du eine pfeife bist du hast deinen job nicht richtig erledigt die werden dir den auftrag entziehen was passiert du hast stress was brauchst du jetzt jetzt brauchst du mehr energie und wenn du jetzt diese energie nicht zuführst was passiert dir dann nach diesen gesprächen wenn du nach hause kommst drehst du am rad du bist nicht mehr zurechnungsfähig du reißt den schrank auf und schiebst dir die schokolade alles rein weil du nicht präventiv gegessen hast weil du vielleicht sogar noch eine minimalzeit vergessen hast oder du nimmst dir vor ich werde jetzt mein gewicht dazu jetzt habe ich endlich die schnauze voll war die ganze zeit zu schwer ich habe 10 15 20 35 übergewicht so und jetzt habe ich die schnauze voll jetzt wird kein bier mehr getrunken jetzt hat kein wein mehr getrunken es hat keine schokolade gemessen alles wird verboten du verbietest dir das rigoros so in dem moment musst du selbst was machen extrem hohe willenskraft erzeugen extrem viel selbstdisziplin um diese dinge nicht zu essen nicht zu trinken das kostet dich so viel energie dass der zugerspiegel in keller runter rauscht und wenn dir der zugerspiegel in keller runter rauscht was brauchst du dann wieder um nicht das zu machen was du nicht machen sollst ja willenskraft und disziplin was braucht das energie so und jetzt führst du keine energie zu das hältst du genau eine halbe stunde stunde aus vielleicht einmal zwei drei tage weil du super diszipliniert bist und irgendwann brichst du ein dann brichst du so ein dass du sagst vergiss das alles ich habe keinen bock mehr drauf da hinten dran steckt nichts anderes wenn schutzmechanismus und gehirn das gehirn muss sich schützen gegen diesen unterzucker also fordert über den blutzuckerspiegel ein gib mir energie gibt mir energie gibt mir energie und irgendwann wirst du weich werden immer wirst du schwach werden dann wirst du dir energie suchen jetzt ist deine frage am andreas das ist ein teufelskreis wie soll ich damit umgehen erstens mal den blutzuckerspiegel gesund stabilisieren durch lebensmittel die natürlich sind zum beispiel gerade im kohlenhydraten bereich wenn der kopf kann das gehirn kann arbeiten einmal über glykogen also das ist der speicherform von zucker was gehen dann verarbeiten kann und dann energie daraus gewinnen kann und über getrun körper über die zwei sachen kann er arbeiten so wenn du natürlich ist eine kohlenhydrat speicher extrem gelehrt hast und hast du eine mahlzeit vergessen zum beispiel und du bist ein unterzucker kann der körper auf keine lager zurückgreifen also solltest du präventiv essen durch frühstück mittagessen abendessen in gleichmäßigen abständen kannst du dafür sorgen dass dein blutzuckerspiegel stabilisiert ist auf gesunde art und weise essen vergessen heißt eine mahlzeit fällt blutzuckerspiegel ist zu niedrig restzustand kommt blutzuckerspiegel noch niedriger alarm süßigkeiten es ist natürlich eine herausforderung für jeden dieses system dieses system zu evaluieren dieses system zu eichen dafür zu sorgen dieses intuitiv essen was esse ich präventive essen hinzubekommen das ist eine herausforderung das ist eine große herausforderung und diese herausforderung ist so groß dass viele menschen sie entweder nicht nicht annehmen diese herausforderung es zu lernen oder dieses system komplett falsch angehen viele gehen hierher und sagen okay ich muss jetzt unbedingt gewicht verlieren ich habe zwar gerade bis das projekt was extrem viel aufmerksamkeit von mir verlangt zu hause die familie verlangt auch sehr viel aufmerksamkeit aber ich schiebe jetzt gleich noch ein business projekt an ist das nicht von vornherein zum scheinernvorteil wenn auch zu wenig kalorien zugeführt wenn der zuckerspiegel schon nicht so niedrig ist präventives essen heißt regelmäßig gesund essen zuführen zum beispiel die kohlenhydrate so zu wählen dass sie eine glykämie schnittige last ein glykämie schnittigen index haben dass es gar nicht zu diesen zuckerspitzen kommt das ist extrem spannend und noch mal willenskraft disziplin und selbstdisziplin erfordert von uns extrem viel energie und zwar gehirnenergie das gehirn hat halt keine energiespeicher wenn die energiespeicher im körper in form von glykogen gelehrt sind wenn der zuckerspiegel im gehirn runter rauscht dann ist es schluss mit der selbstdisziplin dann ist es schluss mit der willenskraft denn die willenskraft die selbstdisziplin die disziplin lebt direkt von diesem stoff das braucht diesen stoff ohne diesen stoff läuft das nicht gleiche wenn du einen motor hast du hast kein benzin drin das ding läuft nicht oder auch kein diesel das ding läuft nicht ja und jetzt wie seht ihr mal wieder wie wichtig ein gesundes essverhalten ist und wenn ihr gewicht reduziert natürlich müsst ihr ein kaloriendefizit generieren um an die körper eigenen fettzellen zu kommen aber nicht nur das essen sondern auch über die bewegung aber wenn ihr dieses kaloriendefizit zu krass gestaltet dass ihr eben nicht nur bei 300 400 bis 500 kalorien im defizit sondern ihr seid im bereich von 1000 1500 manche sogar noch höher im bereich des kaloriendefizit weil sie versuchen über dieses vorhaben ihr idealgewicht zu erzwingen dann kannst du diszipliniert sein wie du willst wenn du ein unterzucker bist wirst du keine rationalen entscheidungen mehr treffen du wirst irrational entscheiden du wirst das machen was du nicht tun willst dein geist zwingt dich dazu ob du willst oder nicht das ist ein schutzmechanismus vom körper vom geist vom gehirn ist dann noch jemand zuckerkrank der auch noch die herausforderung hat dass sein körper nicht mal in der lage ist dieses insulin zu produzieren hat nur noch größere herausforderung und das ist dann extrem was dabei herauskommt da kommt frustration dabei raus und irgendwann kommt die demotivation dabei raus dass solche menschen verzweifeln sagen ich habe keinen bock mehr aber dann ist es nicht nur daran gelegen weil der körper nicht funktioniert weil es liegt daran dass wir die strategie nicht erkannt haben dass wir diese physiologie des gehirn ist nicht erkannt haben wie arbeit das gehirn überhaupt oder was bedeutet es überhaupt diszipliniert zu sein was bedeutet überhaupt willenskraft aufzubauen und genau das möchte ich heute mit diesem video klären das thema selbst disziplin das thema willenskraft und dass das die herausforderung ist wenn wir in einer diät stecken dass diäten überhaupt nicht funktionieren weil diäten sind krass kalorien unter versorgt das ist ja nicht nur 300 400 500 kalorien sondern wird einfach von dem was man isst einfach weniger gelesen einfach die hälfte kalorien das funktioniert nicht das hat noch nie funktioniert auf verschiedenen ebenen die physiologische ebenen form von superkompensation werde ich heute überhaupt nicht erklären das habt ihr schon so oft gehört superkompensation sondern heute geht es einfach darum dass ich in dem moment wo ich unterzuckert bin die selbstdisziplin diese die nicht funktionierende willenskraft auch nicht die wird verschwinden so freunde ich hoffe dass ihr in diesem video ein großes learning drin hat vor allem für die die versuchen immer ständig über diäten über einen krassen kaloriendefizit schnell irgendwas zu erreichen dass die endlich geheilt sind und wenn du jetzt gerade zuschaust und sagst hey ich kenne solche kollegen die machen das genauso wenn du das schon besser kannst dann ist jetzt meine bitte an dich teile diesen video dass menschen das verstehen warum sie mit dieser verhaltensweise keine chance haben warum es genau richtig ist darüber nachzudenken was der körper wirklich braucht und eben das auch zuführt im gesunden maße über gesunde ernährung über einen stabilisierten blutzuckerspiegel über die richtigen lebensmittel das ist das was ich euch bitte wenn du gerade drinsteckst mittel drin und feststellen stimmt andreas du hast recht ich halte das immer eine gewisse zeit lang aus und dann muss ich irgendwas in mich reinstopfen in einem unglaublichen übermaß dass mir schlecht geht dass ich nach ein schlechtes gewissen habe dass ich am nächsten tag wieder ein kilo zu viel habe wenn dir so gut so geht dabei dann hast du jetzt genau jetzt die lösung bekommen disziplin disziplin selbstdisziplin und willenskraft kostet energie die musst du zuführen gesund maße nicht gesund maße du darfst nicht zu weit runter gehen und kalorien das wird nicht funktionieren wir werden einem unterzucker wenn das gehirn unterzucker ist niemals eine rationale kluge gesunde entscheidung treffen das geht nicht weil wir im schutzmechanismus sind da wird rationalität ausgeschaltet es geht nur noch ums überleben das hört sich krass an aber es ist so so freunde auch hier wieder ganz klar gerne bemerkungen gerne deine ideen deine erfahrungen könnt ihr gerne schreiben social media da gibt es überall weil ich das veröffentlichen auf allen kanälen auf fünf podcast kanälen werde sicherlich auch noch als ein video verwerten dazu es wird bei instagram kommen bei facebook kommen bei youtube kommen bei linkedin kommen ich freue mich auf eure kommentare wie geht damit um was habt ihr natürlich gelernt so freunde das war's und wenn du jetzt sagst lieber andreas das waren so spannende nachrichten ich brauche dringend hilfe weil ich kann dieses intuitive es nicht ich habe da überhaupt gar keine erfahrung kriegst nicht hin ich brauche erst mal eine anleitung wie geht das überhaupt dann ist es relativ einfach ich beschäftige mich seit über 33 jahren mit diesem thema ja ich habe über 30.000 oder für dich habe du bekommst die erfahrung und über 30.000 erfolgreich beratenden kunden und davon sind über 8.000 rein online gewesen du profitierst und über 52 außen weiterbildung profitierst du jetzt fragst du dich noch wenn du fragen sollst in den show notes findest du andreas-trienbacher.com und wenn du reingehst findest du einen kalender einen termin da kannst du einen termin buchen ja keine panik der kostet dich erstmal gar nichts und keine panik es gibt noch keine garantie dass wir zusammenarbeiten können denn es muss erst geklärt werden denn erstmal muss geklärt werden ob deine wünsche zu dem passt was ich dir liefern kann das ist nicht zwangsläufig selbstverständlich bei 70 prozent 70 prozent sind wir auf jeden fall da klappt das wunderbar und bei 30 prozent passen eben meine pakete was ich dir liefern kann mein wissen was ich liefern kann nicht zu dem was du dir wünschst und dann hoffe ich jetzt nur dass du das wünschst was ich dir erfüllen kann so jetzt bist du dran einmal termin eintragen und wir haben ein kürzes gespräch miteinander entweder online im vier augen gespräch oder hier bei mir vor dem vier augen gespräch und dann haben wir bald eine strategie wie wir bei dir am besten vorgehen so dass du erfolg hast und zwar bei etwas was dich schon lange begleitet was du noch nie erfolg gehabt hast werden wir beide dafür sorgen nie mehr darüber nachdenken muss nie mehr nach antworten zu sondern du hast deine antworten du hast dein werkzeug was dich zum erfolg führt bis dahin alles gute bleibt gesund bis bald